Ich schaue mir die Winkelsumme im Dreieck an. In diesem Dreieck kenne ich jetzt mal den Winkel Alpha und den Winkel Beta. Also Alpha sollen 60 Grad sein und Beta sollen 35 Grad sein. Stimmt so ungefähr. Und jetzt möchte ich Gamma berechnen. Ich baue eine Hilfslinie ein und die ist parallel zu der Basis, auf der das Dreieck steht. Und dann habe ich diesen Winkel Alpha hier zurück. Wenn ich hier den Winkel Alpha habe, dann habe ich den hier nochmal. Das sind diese Stufenwinkel. Stufenwinkel. Das heißt, hier habe ich nochmal die 60 Grad. Und das gleiche gilt für Beta. Also wenn ich hier den Winkel Beta habe, habe ich den Beta hier auch nochmal. Das heißt, hier sind es auch 35 Grad. Und oben das Ganze zusammen müssen 180 Grad ergeben. Also 60 Grad plus Gamma plus 35 Grad ist 180 Grad. Und das gilt eben immer. Die Winkelsumme im Dreieck ist immer 180 Grad. Da das kann ich dann folgern zurück. Gamma ist in dem Fall 85 Grad. Wenn ich jetzt ein anderes Dreieck habe, zum Beispiel Alpha gleich 20 Grad, Beta gleich 40 Grad, dann weiß ich 20 Grad plus 40 Grad plus Gamma muss wieder 180 Grad sein. Ich brauche das Dreieck gar nicht sehen und komme dann auf Gamma ist dann die 120 Grad. Genau. Alpha plus Beta plus Gamma ist 180 Grad. Alpha plus Beta plus Gamma gleich 180 Grad im Dreieck in der Ebene. Wer noch Lust hat, bleibt dabei. Das gilt zum Beispiel jetzt nicht. Jetzt habe ich die Erdkugel. Da ist Nord, da ist Süd. Das gilt nicht, wenn ich jetzt nicht mehr in der Ebene bin, sondern auf der Erdkugel. Hier könnte ich ja vom Nordpol nach New York und zum Äquator und hier rund ein Dreieck machen. Dann hätte ich hier 90 Grad und hier 90 Grad und hier 90 Grad. Das heißt, das gilt in der Ebene. Ja, 3 mal 90 ist dann drüber.